Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hilmbrand und ich freue mich, dass ich euch hier heute wieder begrüßen darf zu einer weiteren Folge von Ressourcen.fm. Die letzte Episode ist natürlich schon etwas länger her und ich hatte eigentlich auch vor, in der Zwischenzeit immer wieder Episoden aufzunehmen. Wie ihr aber sicher gemerkt habt, war dieses Jahr nicht ganz leicht für Ressourcen.fm sowohl für Bianca als auch für mich. Wir hatten sehr viele andere Themen auf dem Schirm und dementsprechend sind die Folgen in diesem Jahr und auch im letzten Jahr und eigentlich auch schon immer nicht so regelmäßig erschienen, wie ich mir das eigentlich ursprünglich mal vorgestellt hatte vor mittlerweile fünf Jahren. Heute soll es aber auf jeden Fall um das Thema LNG gehen. LNG steht für Liquified Natural Gas und wer nicht ganz hinter dem Mund gelebt hat in den letzten Monaten, der hat mitbekommen, dass LNG auf einmal in aller Munde ist. Und zwar hatten wir in einer Episode Anfang des Jahres auch schon drüber gesprochen. Es gibt so eine gewisse Erdgas-Problematik dadurch, dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und durch die Ukraine sehr viel russisches Gas fließt und insgesamt Deutschland sehr abhängig ist von russischem Erdgas, haben wir hier so als Deutschland und als EU ein gewisses Abhängigkeitsproblem von russischem Erdgas. Eine Lösung für diese Abhängigkeit war die Idee, umzuschwenken auf Liquified Natural Gas. Liquified Natural Gas deswegen, weil das mit LNG-Tankern einfach transportiert werden kann, ähnlich wie Erdöl. Und damit würde sich diese Abhängigkeit dann etwas entspannen. Denn diese Tanker kann man weltweit einsetzen. Bei russischem Erdgas funktioniert das ja so, man speist das in eine Pipeline ein. Und so eine Pipeline ist sehr teuer und baut sich auch nicht über Nacht. Mit diesen LNG-Tankern ist man da weitaus flexibler, auch mal Angebotslücken von einzelnen Zulieferern einfach durch andere Zulieferer, zum Beispiel die Amerikaner oder die Kanadier, abzudecken. LNG ist in Europa noch nicht wirklich wichtig. Also in Deutschland gab es bisher kein einziges Terminal dafür, für die Erdgas- oder für die Gasversorgung über LNG. International ist es allerdings so, dass insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum es ja typisch ist, LNG einzusetzen und es hier auch entsprechende Import- und Exportkapazitäten für LNG gibt. LNG ist im Grunde verflüssigtes Erdgas. Das funktioniert grob gesagt so, dass man das Erdgas herunterkühlt und komprimiert. Auf eine Temperatur kühlt man das runter von 162 Grad Celsius, damit es eben den flüssigen Zustand erreicht. Das Ganze, ja, minus 126 Grad Celsius ist natürlich sehr kalt und diese Verdichtung auf das ungefähr 600-fache ist natürlich sehr energieaufwendig. Und der Vorteil daran ist, wenn das 600-fach verdichtet ist, dann hat man hier auch eine entsprechend hohe Energiedichte. Und das macht natürlich den Transport effizienter und ermöglicht auch eine platzsparende Lagerung großer Mengen. Der Nachteil an der ganzen Sache ist allerdings, dass dadurch, dass es so kalt ist, man es auch immer wieder abkühlen muss. Und es gibt hier auch noch Probleme mit sogenanntem Boil-of-Gas. Das ist dann eben Gas, das hier austritt, weil eben sich das Gas oder das LNG auch wieder erwärmt. Man muss außerdem unterscheiden zwischen verschiedenen Begriffen, die es da draußen gibt. Und zwar gibt es auch noch so etwas, das nennt sich Flüssiggas. Also Flüssigerdgas, LNG, ist Liquified Natural Gas. Es gibt aber auch Liquified Gas bzw. Liquified Petroleum Gas oder Natural Gas Liquids. Das sind ja Flüssiggas-Bestandteile, insbesondere das Liquified Petroleum Gas fällt dann teilweise auch als Nebenprodukt oder als Hauptprodukt bei Raffinerieproduktionen an. Beim Flüssigerdgas, LNG, handelt es sich wirklich nur um verflüssigtes Erdgas. Wie schon gesagt, man setzt das vor allen Dingen ein, weil es sehr angenehm oder sehr einfach ist im Vergleich zu jetzt gasförmigem Erdgas, es zu transportieren und zu lagern. Und dadurch wurde oder wird der wirtschaftliche Transport von diesem gasförmigen Erdgas bzw. diesem dann flüssigen Erdgas überhaupt erst möglich, weil wie schon gesagt, gasförmiges Erdgas kann eigentlich fast nur wirtschaftlich über Rohrleitungen transportiert werden. Und dieses flüssige Gut kann dann eben in Transportbehältern, die speziell dafür ausgelegt sind, also das sind sogenannte Derwa-Gefäße, die dann auch mit dieser Kälte umgehen können, kann man dann dieses Flüssiggas dann auch im normalen Straßenfelder, also mit speziellen Tankern, mit speziellen Tank-LKWs über die Schiene, also über die Bahn oder aber insbesondere mit solchen LNG-Tankern übers Wasser transportieren. Insgesamt spielt diese Art der Beförderung des Transports eigentlich eine untergeordnete Rolle, vor allen Dingen, weil eben es so teuer ist, hier Erdgas zu verflüssigen. Und solange man eine Pipeline hat und man in irgendeiner Form auch sich darauf verlassen kann, dass beide Parteien an dieser Pipeline sich an ihre Verträge halten, war man darauf einfach nicht angewiesen und konnte dann eben diesen Verflüssigungsschritt, der sehr viel Energie verbraucht, also so 10 bis 25 Prozent des Energiegehaltes des Gases, gehen dafür drauf, konnte man das eben vermeiden und war dadurch dann einfach besser. So als Daumenregel kann man sich auch merken, dass ab irgendwas um die 2500 Kilometer alles, was darunter ist, ist der Transport per Erdgas-Pipeline meistens besser und darüber dann eben über LNG. In diesen Erdgas-Pipelines wird übrigens nicht normales Erdgas transportiert, sondern dann nimmt man verdichtetes Erdgas, macht ja auch Sinn, also man komprimiert das Ganze und dann nennt sich das Compressed Natural Gas, also Druckerdgas, Compressed Natural Gas oder CNG. Und das ist im Grunde von einer chemischen Zusammensetzung ähnlich wie LNG, fast eigentlich das Gleiche, ist hauptsächlich Methan und liegt dann hier in einem Bereich von irgendwas um die 200 Bar, aber immer noch gasfarmig vor, also ungefähr das 200-fache Volumen und die Kompression ist hier bei 10 G eben recht hoch. Wenn man normales Erdgas verwendet, dann hat das normalerweise so einen Druck von irgendwas um die 50 bis 70 Bar und wenn man das eben auf diese 200 Bar komprimiert, dann hätte man hier 10 G. Damit hat das normale Erdgas beziehungsweise als 10 G irgendwas um das 40 Prozent der Energiedichte von LNG und warum setzt man dann 10 G überhaupt ein? Naja, man nimmt es vor allen Dingen auch als Kraftstoff in Fahrzeugen und es ist natürlich einfach da angenehmer, weil man es nicht so sehr runterkühlen muss. Flüssiggas, wie ich da schon gesagt hatte, dieses Liquified Petroleum Gas ist von der chemischen Zusammensetzung nicht gleich mit LNG, zwar ist das vor allen Dingen ein Propan- und Butan-Gemisch und wie schon gesagt, fällt eben als Nebenprodukt bei der Oil & Gas Verarbeitung an und das liegt in der Regel auch bei irgendwas um die 10 Bar schon flüssig vor. Das kann aber auch als Kraftstoff für Autos verwendet werden, dann nennt man es auch Autogas oder man nimmt es auch zum Heizen, Kochen oder aber auch als Kentemittel. Und dieses LPG hat ungefähr eine Energiedichte von um die 50 Prozent von CNG. Von dem allen her, so diese Begriffe sollte man unterscheiden, wenn man von Flüssiggas spricht, man muss da immer auch ein bisschen drauf schauen, dass jeder von dem Gleichen spricht. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Grob gesagt gibt es eine Prozesskette und einen Bereitstellungspfad von LNG. Das geht über die folgenden Schritte und zwar erstmal die Gasförderung, das ist eigentlich ganz klassisch über Fracking, über normale Gasförderung, hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast angesprochen. Dann gibt es eine Gasaufbereitung, da gibt es auch noch, ja, da gibt es auch noch Schritte, die ähnlich sind zur normalen Gasaufbereitung. Dann gibt es die Verflüssigung und den Transport und da ist dann eigentlich das where the magic happens, ja, also wo das Ganze sich unterscheidet von der normalen Erdgasförderung. Und nach dem Transport dann natürlich auch die Entladung und Speicherung des LNGs, da gibt es dann auch noch mal ein paar spezielle Schritte und dann die Regasifizierung, also das Wiederherstellen des gasförmigen Zustands, wo man auch auf ein paar Punkte achten muss. Wir gehen jetzt einfach mal durch die einzelnen Prozessschritte durch und dann erzähle ich euch da ein bisschen was, worauf man da auch noch achten kann oder was da interessant ist. Und zwar die normale Gasförderung ist einfach ein fossiler Energieträger, wird aus interirdischen Lagerstätten normalerweise gewonnen und hier gibt es eben die konventionelle und die unkonventionelle Gasförderung. Konventionell ist alles so, wie man sich das normalerweise vorstellt. Man baut so eine Erdgasblase an und fördert das dann einfach daraus. Bei der unkonventionellen Erdgasförderung, das ist dann das, was man auch als Fracking bezeichnet. Ja, da würde man mit Chemikalien, mit heißem Wasser, mit verschiedenen anderen Methoden, bricht man das Gestein auf und holt dann aus diesem Gestein eben Gas raus. Aber wie gesagt, da haben wir schon mal eine Episode dazu gemacht, deswegen verweise ich einfach hier auf die Oil & Gas Episode und hört euch das gerne an, wenn euch das weiter interessiert. Oder schreibt mir auch einen Kommentar, dann kann ich da auch gerne nochmal Updates dazu machen. Neben dem klassischen LNG gibt es auch noch so ein genanntes Bio-LNG oder aber auch LBG, also Liquified Biogas, LRG, Liquified Renewable Gas. Und das sind so die, ja, Pandons zum Biogas. Normalerweise handelt es sich hierbei um Methan, das dann aus der Vergärung von Biomasse entstanden ist oder, ja, vor allen Dingen von landwirtschaftlichen Produkten, also Biomasse, aber auch von Grünabfällen oder Klärschlamm. Ja, also man kann hier auch Klärschlamm, Dung, alles nehmen und kann das dann über spezielle Prozesse eben zu Biogas umwandeln. Also so habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr irgendwo unterwegs wart, gibt es bei manchen Bauernhöfen so Biogasanlagen nebendran. Und wenn man dieses Gas dort herstellt und dann in dem Prozess das Biomethan oder das Methan, das aus biologischen Quellen kommt, von dem gleichzeitig entstehenden CO2 abscheidet, dann hätte man hier Biomethan und wenn man das jetzt verflüssigt, dann hätte man Bio-LNG, also im Grunde genau das gleiche, einfach auch, ja, ist ja Methan, das heißt, das ist chemisch jetzt nicht so enorm unterschiedlich zum klassischen fossilen Erdgas. Es gibt dann auch noch die Bezeichnung SNG, also Synthesegas, da gibt es auch Bio-SNG, das ist normalerweise Gas, das aus Kohle oder Biomasse gewonnen wird. Und zwar verwendet man hier regenerative Energie, um über einen sogenannten PTG-Prozess, also die Methanisierung von Wasserstoff, Synthesegas herzustellen. Synthesegas deswegen, weil es eben eine Synthesereaktion ist und man dann hier eben aus dem Wasserstoff Methan herstellt. Und wenn man das Ganze jetzt noch verflüssigen würde, dann hätte man hier wiederum, ja, Bio-KNG, also KNG oder Bio-SNG, das dann zu LRG umgewandelt wird, Liquidfied Renewable Gas. Und ihr merkt schon, es gibt hier sehr viele unterschiedliche Begrifflichkeiten, die auch gerne mal durcheinandergeworfen werden oder alles mit LNG bezeichnet wird. Und in der Regel ist das aber für euch im Alltag auch nicht relevant, diese ganzen Unterscheidungen zu kennen, aber dachte mir, ist ja trotzdem für euch mal relevant und interessant, die einfach mal gehört zu haben. Ich packe hier auch in die, schauen wir uns noch ein paar Links rein, da wird dann zum Beispiel auch erklärt, was ist denn SNG, also Synthesegas und ja, wie kann man das unterscheiden. So, nachdem unser Gas jetzt hergestellt wurde oder gefördert wurde, dann geht es darum, Gasaufbereitung zu machen. Und zwar im Gegensatz zu Erdgas, das ja oftmals mit unterschiedlichsten anderen Stoffen noch vermischt ist, also gibt es andere Kohlenwasserstoffe drin, ja, CO2-Wasserdampf teilweise. Und bei LNG ist es so, dass 95% des LNGs aus Methan bestehen und das wird in der Regel gemacht, indem man normales Erdgas nimmt, das ja ein Gemisch aus Methan mit anderen Kohlenwasserstoffen, Ethan, Propan, Butan ist, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff, wie viele Wasserstoffe, die darin sind, wie schon gesagt, auch Wasserdampf. Ja, und jetzt, jetzt habe ich hier eine Aufbereitung, eine Abscheidung dieser unerwünschten Stoffe, damit ich dann am Ende eben diese 95% LNG habe und dann ja noch ein paar Restbestandteile, die dann nicht so wichtig sind, ja. Wenn, also warum mache ich das? Naja, weil meine Verflüssigungsanlage ja auch auf ein gewisses Temperatur- und Druckspektrum ausgelegt ist und je nachdem, was für einen Kohlenwasserstoff ich jetzt hier habe oder was für ein Gas ich jetzt habe, müsste ich ansonsten eben mehr kühlen, weniger kühlen und um den Prozess eben stabil zu haben. Und um hier auch ein einheitliches, genormtes Produkt zu haben, stellt man eben sicher, dass 95% dieses LNGs aus Methan bestehen. Und im nächsten Schritt geht es jetzt um die Verflüssigung. Dafür gibt es spezielle Verflüssigungsanlagen und diese Verflüssigungsanlagen sind meistens in Kaskaden angeordnet, also man hat mehrere Schritte von Kompression und Abkühlung, ja. Wenn ich das Gas komprimiere, dann erhitzt sich das ja. Das heißt, wir komprimieren das, kühlen es dabei vielleicht auch schon oder kühlen es danach ab. Und das machen wir über verschiedene Schritte, bis wir dann das Ganze auf eine Temperatur von minus 162 Grad Celsius abgekühlt haben und dann verflüssigt sich dieses Gas, also das kondensiert. Das Ganze ist, wie schon gesagt, sehr energieintensiv. Wenn man das Ganze jetzt nachhaltig machen möchte oder, ja, nennen wir es mal nachhaltig, ja, dann würde man hierfür erneuerbare Energie nehmen und dann könnte man das Ganze auch klimaneutral machen. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich habe in meinem eigentlichen Job, da arbeite ich im Bereich Sustainable Finance und bin hier noch für das Thema Treibhausgasbilanzierung von Finanzinstituten zuständig. Und da werde ich immer so gefragt, ja, wir kaufen jetzt Klimagas, ja. Und das ist jetzt CO2-neutral oder klimaneutral. Und da muss ich immer ein bisschen lachen, weil klimaneutral, Net Zero und das alles, ja, das sind immer Marketing-Claims. Also, ja, das ist gut, wenn man da was macht, das ist gut, wenn man in irgendeiner Form Ausgleichszertifikate kauft, aber erst mal handelt es sich ja dabei um Gas, ja, also um fossiles Gas, bei Biogas noch mal was anderes vielleicht, ja, aber es ist jetzt erst mal Gas und wenn ich das verbrenne, dann entsteht dabei halt CO2, ja, und wenn ich es fördere, dann habe ich auch Methanemissionen und so. Das heißt, es ist erst mal klimaaktiv und ich kann jetzt natürlich irgendwie versuchen, das alles zu reduzieren und das ist alles wunderbar und wichtig. Nur das dann als klimaneutral oder Klimagas oder sowas zu bezeichnen, finde ich dann doch, ja, nennen wir es gewagt. Gut, also diese Verflüssigungsanlagen, wenn ich jetzt ein großes Erdgasfeld habe, dann baue ich mir die da vielleicht fest hin. Es gibt aber auch das Ganze in schwimmender Form, ja. Das sind dann Schiffe beziehungsweise eigentlich eher sogar Fabriken, die dann auf Pontons gebaut sind oder in irgendeiner Form als Plattform. Das sind dann die sogenannten FLNGs, Floating Liquified Natural Gas Plattformen und das, was die verarbeiten, wird dann manchmal auch nicht nur als LNG bezeichnet, sondern als FLNG, also Floating Liquified Natural Gas. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt eine Offshore-Gas-Förderung habe, also man fördert ja nicht nur an Landgas, sondern man hat zum Beispiel auch dann Offshore-Felder, wo dann eben in der Regel jetzt keine solche Bohr- oder keine Förderplattformen dort sind, sondern man hat eine Bauplattform, mit der wird dann dieser Zugang zu der Gaskaverne geschaffen und dann hat man in der Regel unter Wasser eine Anschlussstelle, wo das Gas dann eben, ja, eine Förderanlage, wo das Gas dann eben gefördert wird. Und dann hat man hier Pipelines, die dann meistens zur Küste gehen und an der Küste würde man dann so eine Verflüssigungsanlage aufbauen und das Ganze umwandeln und dann geht das wieder auf ein Transportschiff. Das ist so das, wie es normalerweise läuft. Jetzt kann man sich natürlich diese Pipeline zur Küste sparen, also insbesondere, wenn man Offshore-Anlagen hat, die jetzt vielleicht nicht in der Nähe von der Küste sind oder wo die Küste halt von der Beschaffenheit jetzt blöd ist, um da eine Anlage hinzustellen oder da dann auch es schwierig ist, dort mit Transportschiffen hinzugehen. Also einfach, wenn es günstiger ist, das Offshore zu machen, dann würde man hier eine Offshore-Gasförderung machen, hätte dann so eine LNG-FPSO-Anlage, also Floating Production Storage and Offloading nennt sich das ja, also eine schwimmende Plattform, ein Förderschiff, das dort dann eben vor Anker geht normalerweise. Und dass dort diese gesamte Verarbeitung, die man normalerweise in dieser Verflüssigungsanlage an Land machen würde, macht man dann eben hier auf dem Wasser. Und von diesen schwimmenden Plattformen und Förderschiffen, da können dann Transportschiffe andocken, die dann eben dieses LNG dort aufnehmen und dann weitertransportieren. Und damit sind wir auch schon beim Schritt 4. Wie schon gesagt, LNG-Transport ist jetzt nicht normal. Da kann man jetzt nicht irgendwie einen Dry-Bulk-Ship nehmen oder sowas, sondern man braucht hier spezielle LNG-Schiffe, spezielle LNG-Tanker. Und ja, um diesen Transport sicherzustellen, diese LNG-Tanker-Schiffe, die sind eben mit speziellen Tanks ausgestattet, die dann hier eben unterwegs die Ladung auch kühlen können, die den Druck aushalten, und zwar Druck deswegen, weil es eben diese Boil-Off-Gas-Problematik gibt. Das hat man nicht nur bei Schiffen, sondern auch bei Lastwagen oder bei Zügen. Das heißt, diese Anlagen sind oder diese Transportmittel sind speziell aufgebaut. Nummer eins, man braucht ständige Kühlung, um eben hier diese niedrige Temperatur sicherzustellen und das trotz enormer Isolierung, aber Isolierung ist eben nicht immer perfekt, man hat trotzdem irgendwo in irgendeiner Form Erwärmung, zum Beispiel durch eine mechanische Erwärmung durch die Pumpen, durch Luftdruckänderungen, wenn man damit in der Gegend unterwegs ist, Luftdruck verändert sich ja auch mal, oder einfach auch durch, ja, wenn sich das Schiff bewegt, bewegt sich ja darin auch dann dieses LNG und dadurch kann es dann auch zur Erwärmung kommen. Und was passiert, wenn sich das Ganze erwärmt? Naja, ab einem gewissen Punkt verdampft oder verdunstet die Ladung und das, was dort dann an Gas entsteht, das nennt man Boil-Off-Gas. Und das muss entfernt werden, um eben den Druck aufrecht zu erhalten, sonst würde da immer mehr von diesem Boil-Off-Gas eben verdampfen, verdunsten und dadurch sich dann der Druck in dem Tank aufbauen. Ganz oft verwenden diese LNG-Tanker dann dieses Boil-Off-Gas für, als Kraftstoff für das Schiff, also einfach im Antrieb. Es gibt da, hier in Augsburg, wo ich sitze, gibt es ja einen großen Hersteller von so Schiffsmotoren, da gibt es dann auch welche, die Kombinationstreibstoffe verwenden können, also kann man irgendwie Schiffsdiesel mitverwenden, kann man aber irgendwie auch LNG drin verwenden oder eben auch diese Boil-Off-Gases. Und entweder die machen das und oder es gibt so Regassifizierungsanlagen, die dann das Gas auch wieder in den flüssigen Zustand umsetzen, aber das ist eher auf den Schiffen nicht typisch, sondern das würde man dann eher an Land machen oder auf solchen Storage-Plattformen. In der Regel wird eben hier das als Kraftstoff verwendet oder aber in sogenannten Vergasungsanlagen zur Energieerzeugung einfach auf dem Schiff als Hilfsaggregat eingesetzt. Und ja, da bekommt man auch schon so eine Idee, es ist jetzt nicht so sinnvoll, diese Schiffe ewig lang rumfahren zu lassen, auch wenn sich das in Grenzen hält, aber ja, es ist immer ein gewisser Energieaufwand mit dabei, um eben diese Ladung am Verdunsten zu hindern, beziehungsweise man muss damit dann eben umgehen. Ja, deswegen ist es ein bisschen auch unterschiedlich zu anderen Schiffen, wo man einfach, ja, wenn man jetzt Erdöl drin hat, dann kann man das da relativ lange drin lassen, ohne dass was passiert. Ist eben bei denen jetzt nicht der Fall, aber ein paar Tage, ein paar Wochen hält das schon aus, ja. Und wenn diese LNG-Tanker dann, ja, an ihrem Bestimmungsort angekommen sind, dann geht es um das Thema Entladung und Speicherung. Und diese Entladung passiert über spezielle Gelenkarme, die dann am Schiff angeschlossen werden und über die dann das LNG abgesaugt, beziehungsweise abgepumpt wird. Und dann eben in sogenannten cryogenen Tanks bei eben diesen minus 162 Grad gelagert wird. Und diese Tanks sind meistens aus Stahlbeton mit spezieller Isolierung aufgebaut. Und ja, da hat man dann hoffentlich auch nicht mehr so viel Verdampfen und Verdunsten wie auf dem Schiff. Trotzdem muss man auch hier eben immer wieder dafür sorgen, dass das Gas wieder regasifiziert wird. Also da braucht man auch immer wieder Energieaufwand, um dieses LNG dann zu speichern. Es gibt dann sogenannte FSRUs, das sind Floating Storage and Regasification Anlagen. Und das sind eben auch wieder schwimmende mobile Plattformen zur Lagerung und Regasifizierung. Und wir haben ja in Deutschland bisher kein einziges LNG-Terminal. Wir hatten zwar vor einigen Jahren, da komme ich später nochmal drauf zurück, wir hatten da schon mal was geplant. Jetzt seit 2022 wollen wir jetzt natürlich da auch solche FSRU-Anlagen aufbauen, um eben uns unabhängig von russischem Erdgas zu machen. Und da war jetzt am Anfang im Gespräch drei FSRU-Anlagen, die in Deutschland im Winter 2022 im Einsatz sein sollen. Standorte könnten hier Brunsbüttel, Wilhelmshaven oder Stade sein. Mittlerweile spricht man hier davon, dass eben im Winter 2022, 2023 eher zwei von diesen FSRU-Anlagen eingesetzt werden sollen. Und dann 2023 nochmal zwei kommen. Ja, Hintergrund ist natürlich, so ein Terminal baut sich nicht über Nacht. Das ist doch auch eine gewisse Investition, die man dafür tätigen muss. Und deswegen gab es hier dann eben die Überlegung, okay, wir müssen jetzt schnell handeln. Und die deutsche Politik, man kann ja halten von ihr, was man will. Aber sie haben hier sogar vergleichsweise schnell gehandelt, um eben sich darum zu kümmern, dass diese mobilen LNG-Terminals dann beschafft werden oder halt gemietet werden. Am Beispiel von Wilhelmshaven können wir das eigentlich mal machen. Und zwar gibt es hier ein LNG-Terminal Wilhelmshaven. Das ist ein Projekt von einem Energiekonzern Uniper, die ja gerade auch sehr stark in Kritik stehen. Ist eben ein Flüssigerdgas-Terminal, ein LNG-Terminal, das eben in Niedersachsen, in Wilhelmshaven geplant ist. Und der Bau der Anlage hat schon im Mai 2022 gestartet. So, jetzt ist es aber so, dass, ja, relativ früh auch hier mit der Planung eigentlich schon angefangen wurde. Und zwar gab es ja lange Zeit bewaffnete Konflikte, insbesondere in der arabischen Welt und in Israel, um das Thema Erdöl und Erdgas, beziehungsweise das hatte dann Auswirkungen auf Erdöl und Erdgas. Und wir hatten ja die erste Ölpreiskrise Anfang der 1970er Jahre. Und damals hatte man dann überlegt, okay, so ein Terminal hier für dieses Flüssigerdgas in Wilhelmshaven zu bauen. Da gibt es schon einen Hafen, und zwar ist das der sogenannte Jadehaven. Der war damals ein großer Einfuhrhafen für Öl. Ja, und da hatte man dann überlegt, ja, hier ein Terminal zu bauen und ein algerisches Flüssigerdgas hier anzulanden. Problem war, dass man sich mit den algerischen Lieferanten nicht über den Preis einigen konnte. Und deswegen wurde das Terminal im Endeffekt dann nicht gebaut. Jetzt gibt es noch verschiedene Entscheidungen und Gesetze im Bereich Schifffahrt. Unter anderem ist es mittlerweile verboten, Treibstoffe mit einem gewissen Schwefelanteil hier einzusetzen, beziehungsweise es wird auch Schwefelverbot genannt und man darf die nicht mehr einsetzen. Und mittlerweile hat auch die Schifffahrt jetzt CO2-Emissionsgrenzwerte bekommen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den internationalen Gewässern, das dort durchzusetzen, beziehungsweise dort überhaupt solche Gesetze zu machen. Aber zumindest in den maritimen Zonen der Länder, insbesondere in der EU, gibt es hier eben jetzt Vorgaben. Und ja, für die Schifffahrt wurde dadurch dann Flüssigerdgas einfach eine Alternative als Schiffstreibstoff. Und weil das halt von den CO2-Emissionen ein bisschen niedriger ist als jetzt so das, was die sonst verbrennen. Die haben ja da doch dann teilweise auch, also wer mal Schiffsdiesel oder so, könnt ihr mal bei YouTube eingeben. Das ist schon, da gibt es schon, ja, da sind teilweise schon Treibstoffe, wo man sich so denkt, ja, okay. Interessant. Ja, Fun Fact, by the way, solche Kreuzfahrtschiffe, die immer so tolle weiße, ja, wenn die da oben aus ihren Schornsteinen dann Rauch rausblasen, dann ist der manchmal sehr, sehr weiß. Das, das liegt nicht daran, dass die irgendwie da was am Raus pusten oder sowas, sondern die haben ganz oft Farbpäckchen mit dabei, mit denen dann der Rauch eingefärbt wird, weil das halt sonst ein bisschen doof ausschaut, wenn man da halt so richtig schwarzen Rauchschwaden aus seinem Schiff raus hat, ja. Naja, anyhow, ich wollte ja eigentlich über das Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven sprechen. Und zwar im Rahmen von diesem Schäfelverbot und diesen CO2-Emissionsgrenzwerten wurde in der Schifffahrt eben Flüssigerdgas zur Alternative. Und man hat dann überlegt, naja, man muss das ja in irgendeiner Form auch irgendwo bunkern, also so einen genannten Bunkerhafen bauen, um eben die Schiffe damit zu versorgen. Und da hatte man überlegt, okay, man könnte das auch in Wilhelmshaven machen. Jetzt ist es aber so, dass die deutsche Schifffahrt, ja, klar, war schon Interesse dran. Und es gab dann auch deutsche Energieversorger, die überlegt haben, ja, könnte auch interessant sein. Aber die Nachfrage war einfach so gering. Und dann war es auch so, dass von den Energieversorgern her, die sich halt sehr stark auf Nord Stream 2 eingeschossen hatten, ja. Nord Stream 2 ist ja diese Unterwasserpipeline zu Nord Stream 1, über die dann russisches Erdgas kommen sollte und ist natürlich weitaus günstiger als jetzt LNG. Und deswegen hat man damals dann dieses LNG-Terminal eben nicht realisiert und hat da auch nicht so ganz dran geglaubt. Und dann wurden die Pläne ab 2020 auch nicht mehr weiter verfolgt. Also das Projekt wurde im Grunde eingestellt. Und ja, jetzt haben wir natürlich, kurz nachdem dieses LNG-Terminal in Wilhelmshaven dann nicht mehr weiter geplant wurde, hat sich natürlich die politische Situation und der Erdgaspreis sehr stark verändert. Ich muss dazu wissen, dass 2021 die Internationale Energieagentur mitgeteilt hat, dass die EU rund 155 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland importiert hat. Und ja, das ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit, hat man ja auch schon drüber gesprochen. Irgendwas, ein Viertel des deutschen Gasbedarfs, glaube ich, beziehungsweise des EU-Gasbedarfs kommt aus Russland. Und ja, jetzt gab es dann eben auch verschiedene Vorschläge, unter anderem einen von Mitte März 2022. Da war ja so das mit der Ukraine auch dann schon absehbar. Und zwar gab es da einen Vorschlag von der EU-Energiekommissarin Katri Simonsen, die einen Vorschlag gemacht hat, wie könnte man denn hier unabhängiger werden von russischem Erdgas, von russischem Gas. Und das ist natürlich ein Pluspunkt für LNG. Ich muss jetzt auch dazu sagen, dass dieses LNG-Terminal-Projekt in Wilhelmshaven nicht ganz ohne Kritik ist. Und zwar gibt es hier immer wieder Umwelt- und Sicherheitsgründe, weswegen das sehr stark kritisiert wird von verschiedensten Umweltverbänden, unter anderem der Deutschen Umwelthilfe. Und auch seitdem ist diesen Realisierungs-, also es gibt mittlerweile einen Realisierungsbeschluss für dieses LNG-Terminal von 2022. Und trotzdem wird das weiterhin sehr stark kritisiert, insbesondere auch, weil wir ja eigentlich mittel- bis langfristig von Erdgas wegkommen wollen. Wir wollen ja erneuerbare Energien in irgendeiner Form aufbauen, um eben auch insgesamt unabhängiger zu werden und uns eben da ein bisschen besser aufzustellen, was das Klima angeht und damit dann auch ein rückläufiger Erdgasbedarf angenommen wird. Aber trotzdem soll das jetzt erstmal umgesetzt werden. Es gibt hier einen Beschluss von Olaf Scholz, beziehungsweise von der deutschen Regierung, vom Deutschen Bundestag auch. In der Sondersitzung hat Olaf Scholz am 27. Februar 2022 angekündigt, dass kurzfristig zwei flüssige Erdgas-Terminals errichtet werden sollen und damit dann eben diese Energieabhängigkeit von Russland beendet werden sollen. Man muss dazu sagen, dass zwei flüssige Erdgas-Terminals nach den aktuellen Schätzungen dafür nicht ausreichen. Und zwar könnte damit etwa ein Drittel des Gasvolumens, das Deutschland jährlich aus Russland bezieht, ungefähr ersetzt werden. Und ja, deswegen besser als nix, aber eben immer noch nicht die volle Lösung. Eines dieser Terminals soll, wie schon gesagt, eben in Wilhelmshaven entstehen. Das andere soll in Ponsbüttel entstehen. Das würde dann auch, das zweite heißt dann German LNG Terminal. Und ja, in Wilhelmshaven sollen darüber dann neun Milliarden Kubikmeter Gas angelandet werden, was ungefähr 20 Prozent des Erdgases aus Russland ausmacht. Juniper hat die Planung für dieses LNG Terminal in Wilhelmshaven übernommen und wird wahrscheinlich auch den Betrieb davon übernehmen, wenn sie denn nicht pleite gehen. Und ja, hier war der große Vorteil, dass eben es schon gewisse Pläne gab, dass es über Jahre schon gelaufen ist. Deswegen ging das jetzt auch alles so schnell. Und es ist auch so, dass durch diesen Beschluss, ursprünglichen Beschluss, dieses LNG Terminal nicht zu bauen, dieses Projekt nicht zu realisieren, gab es trotzdem schon Vorarbeiten für ein schwimmendes Terminal und eben auch Gutachten für diese Energiescheibe, die damals WHV 2.0 hieß. Und deswegen ging das alles eben relativ zügig. Die Bauarbeiten an diesem Terminal in Wilhelmshaven haben dann auch schon am 5. Mai 2022 angefangen. Und zwar an der eigentlichen, ursprünglichen Umschlageanlage Voslab-Groden. Und da war dann auch Robert Habeck da und noch verschiedene andere Minister und Leute und haben sich das alles angeschaut, beziehungsweise da dann, ja, weiß nicht, was man bei so einem Baubeginn macht. Und zwar soll hier erstmal oder wird erstmal eine 26 Kilometer lange Gasversorgungsleitung mit bis zu 100 Bar Betriebsdruck gebaut, durch die dann diese Open Grid Europe GmbH an die Kavernenanlage Etzel angebunden wird oder werden soll. Und hier ist der offizielle Baubeginn der 4. August 2022. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich stattgefunden hat. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Müsste ich eigentlich nochmal nachrecherchieren. Aber hier ist eben etwas, was sich tut. Für Wilhelmshaven ist ja erstmal geplant, ein schwimmendes Import-Terminal, also so eine FSRU zu bauen oder halt zu mieten und die dann dort einzusetzen. Und das ist hier in Wilhelmshaven das LNG-Terminal-Schiff, ah, immer diese Namen, Höke Esperanza. Und zwar ist das ein schwimmendes Import-Terminal, das eben, ja, ein schwimmendes Speichern-Wieder-Verdampfungseinheit ist, also dieses FSRU, was ich vorhin erklärt habe. Und die Bundesregierung hat im Mai 2022, 2024 diese FSRUs gechartert. Für insgesamt zehn Jahre laufen die aktuellen Verträge, dafür werden drei Milliarden Euro bereitgestellt. Zwei gehören der norwegischen Reederei Höge LNG, also diese Höge Esperanza und Höge Gallien werden das sein. Ah, das habe ich jetzt gerade falsch gesagt, und zwar, die ist falsch in Erinnerung, jetzt sehe ich es aber gerade in meinen Notizen. Und zwar wird das LNG-Terminal von Unimper geplant, aber betrieben werden diese FSRUs von RWE, ja. Und die beiden anderen FSRUs, die gehören der griechischen Dünnagas, das ist einmal die Transgas-Fora und Transgas-Power, und die wiederum werden von Unimper betrieben, ja. Zwei von diesen Anlagen sollen in Wilhelmshaven und zwei in Brunzbüttel laufen. Die in Brunzbüttel und in Wilhelmshaven sollen jeweils eine Winter 2022, 2023 ans Netz gehen, die anderen beiden Anlagen sollen dann im Frühjahr 2023 folgen, ja. Gut, Winter 2020, ja, vielleicht passt Winter noch, je nachdem, wann früher bei denen ist. Es gibt auch noch weitere Standorte, die im Gespräch sind, und zwar Stade, Rostock und Hamburg mittlerweile. Hat ja auch ein paar andere genannt, oder vorher ein paar andere genannt, aber eben auch Hamburg ist jetzt hier mit drin. Und dann eben in der Niederlande gibt es auch noch einen Standort, und zwar Emshaven. Und hier ist geplant, von der Gas-Uni ein FSRU aus dem Bestand von New Fortress Energy zu chartern und einzusetzen und dann dort zu betreiben. Insgesamt gibt es weltweit 48 diese FSRUs. Ja, und deswegen, das sind nicht so ganz, also es sind jetzt nicht so mega viele, von daher, wenn wir hier, also wir mieten hier schon echt alles, was wir bekommen können, ja. Ja, vielleicht auch ganz interessant, ein bisschen, wann gab es denn diese Schiffe, wann gab es denn diese FSRUs? Das war das erste Mal, wurde so ein Teil gebaut in 1977, durch den Umbau des Flüssiggastankers Gola Freeze. Und ja, das Teil gibt es immer noch. Das liegt heute als Import-Terminal zur Versorgung eines Kraftwerks vor Jamaika. Und ja, es sind halt sehr hoch spezialisierte Schiffe, deswegen gibt es hier nur wenige Eigentümer und Betreiber. Und da gibt es ein paar, die da echt einige von diesen Schiffen betreiben. Das wäre jetzt zum Beispiel Accelerate Energy mit 10 FSRUs, Höge LNG, wo wir auch unsere her oder zwei unserer herbekommen, mit 8 FSRUs, Gola LNG mit 6, mit SUI, OSK, Lines, Fuhrpark, Exma, Shipmanagement, Dünen Gas und New Fortress mit 5 dann. Und ja, deswegen sehr interessant. Was auch interessant ist, was ich sehr interessant fand, was ich nicht wusste, für diese Wiedererwärmung, weil man hat ja dieses sehr kalte LNG dann vorliegen in den Tanks und möchte das ja jetzt in irgendeiner Form wieder verdampfen. Und da brauchen wir jetzt erstmal Energie. Was wir vorher an Energie verwendet haben, um das abzukühlen, müssen wir jetzt auch dem Gas wieder zuführen. Sonst würde das ja ewig dauern, bis das wieder verdampft. Und für diese Erwärmung des LNGs nutzt man hier einfach Seewasser. Und dieses wieder verdampfte Gas wird dann aus der FSRU über eine Verbindungsleitung in den Zwischenspeicher gepumpt und von dort dann in das Gasfernleitungsnetz eingespeist oder wo man es halt verwenden will. Diese Average-Series lassen sich eben schnell realisieren und sind eben meistens auch kostengünstiger als LAM-Terminals, zumindest wenn man sie nicht so lange verwendet. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir über die nächsten 30 Jahre wollen wir trotzdem LNG verbrauchen, dann macht das Sinn, hier was Festes hinzubauen. Das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte, warum jetzt alle sagen so, warum bauen wir denn hier jetzt ein festes LNG-Terminal hin? Ja, kann man sich dann auch überlegen, was dann in ein paar Jahren gesagt wird. So, jetzt haben wir das LNG-Terminal, jetzt müssen wir es auch nutzen, sonst wären das ja Sunk-Costs für diese Infrastruktur. Man muss aber auch dazu sagen, dass hier die Überlegung ist, das nicht nur für LNG, also Liquified Natural Gas einzusetzen, sondern auch für Liquified Hydrogen Gas einzusetzen, wobei es hier bisher noch nicht wirklich einen Markt dafür gibt. Ja, aber die Idee ist, dass man dann eben sogenanntes Bio- oder Green Hydrogen verwendet, also mit erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff, der dann verflüssigt wird. Also so ganz, ja, ihr kriegt das so mit, ich traue den ganzen Braten und nicht so ganz, dass das alles dann auch so kommt. Aber jetzt erstmal müssen wir gucken, wie wir von Russland unabhängig werden und dann können wir uns um die nicht so wichtigen Sachen mit Klimawandel Gedanken machen. Ich hoffe, ihr versteht, dass das jetzt Sarkasmus gewesen ist. Gut. Also, habt ihr es gerade eben ja schon gesagt, Entladung und Speicherung, dann eben auch hier über diese FSRUs, also Floating Storage and Regasification Units, wenn das darüber nicht gemacht wird, dann eben über Verdampfungsanlagen an Land, die dann den gasförmigen Zustand dieses Erdgases wiederherstellen. Und dann gibt es dort meistens auch noch eine Kompression, je nachdem, ob man das dann über Pipeline schickt oder was man damit macht, um eben das Gas in die Pipelines, in das Gasnetz einzuspeichern. LNG selbst, also nicht das Boil-Off-Gas, sondern LNG selbst kann eben als Kraftstoff im Schifffahrts- und Schwerlastverkehr eingesetzt werden. Und im Gegensatz zum Marinediesel oder Schweröl ist es halt vergleichsweise emissionsarm, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Deswegen verwenden auch die meisten LNG-Schiffe einfach Flüssiggas als Antrieb, sind eben Flüssiggastanker, die ja mit Flüssiggasantrieb laufen, weil man hat es halt einfach schon mit dabei. Es gibt aber auch viele Container- und Kreuzfahrtschiffe, die LNG einsetzen, wie schon gesagt, eben unter anderem, weil man diese Emissionen nicht haben will, unter anderem, oder weil man weniger Emissionen haben will, weil es aber auch ein bisschen rückstandsfreier verbrennt, das LNG. Ein Beispiel wäre hier die AIDA Nova, die Ende 2018 in Dienst gestellt wurde und das ist das erste Kreuzfahrtschiff, das vollständig mit LNG angetrieben werden kann. Ja, muss nicht, kann. Aber auch LKWs werden im Schwerlastverkehr mit Erdgas betrieben oder mit LNG dann. Und insbesondere beim Langstrecken-Transport kann das halt sinnvoll sein. Aber auch bei städtischer Logistik, wenn man das denn möchte, überhört ein ÖPNV oder für die Müllopfer zum Beispiel. Und Anbieter hier sind Iveco, Scania, MAN, die da eben eine Vorreiterrolle bei der Umrüstung von solchen Transportfahrzeugen bieten. Wenn man mit Transportfahrzeugen fährt, braucht man eben auch LNG-Tankstellen. Da gebe ich euch so einen kleinen Datenpunkt, werfe ich euch da mal über den Zaun. Und zwar 2016 gab es da volle zwei davon in Deutschland. 2022 hat sich das schon ein bisschen verändert. Da gab es dann mittlerweile 110 davon und 51, die in Planung waren. Also man sieht, auch da tut sich einiges. Man hat ja jetzt sehr große Kühl und also einen großen Bedarf an Kälte und Wärme, wenn man hier eben Gas verflüssigt und wieder regassifiziert. Und dabei hat man dann auch Abwärme, die anfällt. Und zum Beispiel, oder Abwärme, die man nutzen kann. Man kann zum Beispiel von Kraftwerken die Abwärme nutzen für die Regassifizierung des LNGs oder aber die Regassifizierung von, oder das auch nutzen für Kühlzwecke. Also je nachdem, wie rum man es dreht, an welcher Stelle man steht, kann man eben die Wärme oder Kälte dann, die anfällt, auch einsetzen. Und ja, das einfach als Prozessenergie für industrielle Anwendungen. Deswegen macht das auch Sinn, dass man das in irgendeiner Form koppelt, um eben so Synergieeffekte zu haben, um die Wirtschaftlichkeit davon eben zu erhöhen. Ja, wenn wir schon bei Wirtschaftlichkeit sind, vielleicht schauen wir uns nochmal die wirtschaftliche Bedeutung insgesamt an. Erdgas ist ja eines der wichtigsten, oder einer der wichtigsten fossilen Brennstoffe für Industrieländer. Es wird auch oftmals als Übergangstechnologie gesehen für die Energiewende. Und hier gibt es so Angaben der International Group of Liquidfied Natural Gas Importers. Ja, diese Gruppe gibt es. Die ist abgekürzt GIIGNL. Und die haben mal eine Datenpunkt auch in den Raum geworfen für 2020, dass weltweit ungefähr 356,1 Millionen Tonnen LNG gehandelt werden. Wer jetzt auf Mathe steht, kann sich das mal umrechnen, wie viel Erdgas das ist. Und ja, LNG-Produktionsländer sind primär natürlich Länder mit großen Erdgasreserven, also vor allen Dingen Katar, Australien, Malaysia, Nigeria, Indonesien, USA, Algerien oder aber auch Russland. Und die weltweiten Verflüssigungskapazitäten wurden 2020 auf irgendwas um die 452,6 Millionen Tonnen geschätzt. Man sieht dann auch, weltweit wurden 356,1 Millionen Tonnen gehandelt, 452,6 Millionen Tonnen an Kapazität. Das zeigt dann auch so ein bisschen, wie hier 2020 der Stand war. Bisher waren auch die Preise eher, ja gut, ich will jetzt nicht sagen stabil, aber schon okay. Jetzt durch die ganzen Probleme im asiatischen Raum gab es da ein paar, insbesondere Japan hat ja sehr viel aufgekauft an LNG, nachdem sie ihre AKWs abgeschaltet haben, mussten die das irgendwie ersetzen. Wir jetzt durch die Ukraine-Krise. Und eigentlich ist es so, dass LNG hier recht volatil antwortet auf solche Krisen, weil natürlich auch die Exporteure hier die Möglichkeit haben, diese Preise dann zu verlangen. Also wenn ich einen Tanker unterwegs habe und dann bietet mir halt der Nachbar mehr, dann gehe ich halt zum Nachbarn und muss jetzt nicht liefern. Im Gegensatz zu einer Pipeline habe ich halt nur einen, an den ich es verkaufen kann, wenn ich es in die Pipeline reinschiebe. Und das ist recht spannend. Das ist auch so, dass es weltweit 2020 20 Länder gab, die exportiert haben und 43 Länder, die importiert haben. Also da sieht man auch, dass hier, ja gut, das ist jetzt kein Quasimonopol oder auch kein Olig. Ja, vielleicht doch schon. Ja, also 20 Länder ist jetzt nicht viel. Es ist auch so, dass man da vermutet hat, dass bis 2026 LNG im Umfang von irgendwas um die 592 Millionen Tonnen bereitgestellt werden soll oder könnte. Das wären zusätzliche Kapazitäten von 139 Millionen Tonnen. Und diese neuen LNG-Projekte sollen vor allen Dingen in Katar, Russland, den USA und Malaysia entstehen. Neue Exporteure, also neue Länder, die hier eintreten könnten in den LNG-Markt, wären etwa Mauretanien, Mosambik, Kanada und Mexiko. Ja, bei Kanada ist es auch so. Ich weiß nicht, ob es einer von euch mitbekommen hat, aber wir hatten jetzt hohen Staatsbesuch unseres Olafs mit seinem, mit Habeck zusammen und noch ein paar anderen Leuten in der ganzen Abordnung in Kanada, wo sie eben unter anderem über das Thema LNG gesprochen haben. Ja, da ist eines der Probleme, dass es eben an Ausküsse bisher noch keine Exportherfen gibt. Deswegen wird sich das noch zwei, drei Jahre verzögern, bis wir dann auch LNG aus Kanada importieren können hier in Europa. Von den LNG-Exporteuren führt eigentlich Australien mit 77,8 Millionen Tonnen als größter Exporteur das Feld an und hat den jahrzehntelangen Weltmeister im Exportieren, und zwar Katar mit, also Katar hat 77,1 Millionen Tonnen. Das haben sie eben hier knapp überholt als größter Exporteur direkt, oder was heißt direkt danach? Danach kommen dann eben USA mit 44,8 Millionen Tonnen und Russland mit 29,6 Millionen Tonnen. Wie schon gesagt, Australien, USA, die exportieren vor allen Dingen in den asiatisch-pazifischen Raum. Katar liefert dann eben alles, was sonst noch bei drei nicht auf den Bäumen ist. Es ist auch so, dass die EU auch schon Importeur von Flüssiggas ist, und zwar die EU mit 81,6 Millionen Tonnen, danach dann Japan mit 74,4 Millionen Tonnen und auch China mit 68,9 Millionen Tonnen haben hier ja doch schon bedeutend Importzahlen. Das Ganze habe ich aus einem Jahresbericht der International Gas Union IGU rausgezogen. Könnt ihr auch mal reinschauen, wenn euch das weiter interessiert. Ich habe hier vor allen Dingen Daten von 2020 genommen, einfach um auch jetzt Verzerrungen durch 2021 und durch Corona jetzt hier nicht unbedingt mit reinzunehmen. Gut, 2020 ist da ja auch schon mit drin, aber genau. Und einfach, weil auch die Datenlage damals besser war. Importe der EU, aus welchen Ländern die kamen, nach Verflüssigungskapazität, hat die EU 28 Prozent aus den USA importiert. Die USA haben ja hier auch immer wieder sehr gerne hervorgehoben, dass sie doch gerne LNG nach Europa verkaufen würden, auch nach Deutschland. Wobei Deutschland hier gesagt hat, nö, wir nehmen das billige Gas von den Russen. Ist ja eine Entscheidung, wo man sagen kann, ist gut oder schlecht, aber ich will es jetzt erst mal neutral bezeichnen. Dann ist es aber auch so, dass aus Katar und aus Russland ungefähr 20 Prozent kamen. Also auch aus Russland haben wir LNG importiert. Aus Nigeria 14 Prozent und aus Algerien 11 Prozent. Importe sind vor allen Dingen nach Spanien geflossen und nach Frankreich und ein kleinerer Teil dann auch nach Niederlanden, Italien oder Belgien. Die hatten hier eben Importhäfen und wir sehen hier eben Spanien, Frankreich, dann auch vor allen Dingen, um eben die Versorgung dann aus Algerien zum Beispiel sicherzustellen. 20 Prozent aller Gasimporte sind eben über diesen LNG-Weg geflossen. Das ist also der europäischen Gasimporte sind darüber geflossen. Das ist schon auch kein kleiner Teil. Weltweit ist es so, dass die größten LNG-Handelsrouten, wie bereits erwähnt, im asiatisch-pazifischen Raum sind. Und ja, hier vor allen Dingen Australien viel liefert nach Japan, China und Südkorea, zum kleinen Teil aber auch Malaysien und Indonesien. Es ist auch so, fand ich recht interessant, und zwar es gibt ja auch Gasvorkommen in Deutschland, in der norddeutschen Tiefebene, die vor allen Dingen durch Fracking förderbar wären. Und hier gibt es ja gerade auch sehr viele Forderungen, insbesondere lustigerweise von bayerischen Politikern, dass man doch ergebnisoffen prüfen sollte, ob diese heimische Förderung nicht sinnvoll wäre, um eben diese Energieunabhängigkeit zu erreichen. Ja gut, Fracking ist halt mit dem deutschen Wasserrecht eigentlich nicht vereinbar, weil halt da zu viele Risiken da sind. Ja, gut, kommen wir, wenn wir schon von Politikern reden, noch zur politischen Bedeutung. Und zwar ist Europa eben, wie man das kennt, oder wissen ja viele von euch, sind wir eben zu großen Maßen oder sehr hohen Maßen auf Energieimporte angewiesen. Drei Viertel des Energiebedarfs von Deutschland wird durch Importe gedeckt. Und hier haben wir mit einer Importquote von 94 Prozent, was Erdgas angeht, eben bei Erdgas eine sehr hohe Importquote. Wobei Russland hier ungefähr die Hälfte liefert. Die Idee bei LNG ist eben dadurch, dass es hier einen größeren Wettbewerb gibt und man hier den Zulieferer schneller austauschen kann, dass man eben die Abhängigkeit von russischem Erdgas reduziert. Ist halt schwierig, wenn man noch kein LNG-Terminal hat, habe ich vorhin alles auch schon mal einmal kurz erwähnt. Es gäbe aber die Möglichkeit, diese Erdgasimporte auf Basis von LNG auch über die Häfen in Belgien, also Zerbrugge und in den Niederlanden Rotterdam zum Teil zumindest laufen zu lassen. Wobei natürlich die jetzt auch alle versuchen LNG zu importieren, weil die halt natürlich auch jetzt Erdgas da über Pipeline und Co. alle anderen halt natürlich davon auch jetzt erstmal abgeschnitten sind. Oder zumindest das eingeschränkt ist. Es ist auch so, dass auch wenn man dort anlandet, müsste man ja auch die Pipeline-Kapazitäten eventuell oder das Gasnetz dort eben auch ausbauen, weil man natürlich auch gucken muss, in welche Richtung fließt denn das Gas, ja. Und wie kann man das Ganze ersetzen? Pipeline-Kapazitäten sind eben auch ab einem gewissen Punkt begrenzt. Und bisher war halt von Russland nach Europa, aber jetzt zum Beispiel nicht irgendwie von französischen Häfen nach Deutschland, ja. Das ist ein Teil davon. Es ist deswegen auch die Überlegung, dass eben man mit Unipa und RWE über diese Anmietung dieser FSRU-Anlagen dann diesen Import ersetzen könnte. Geplant ist eine Gesamtkapazität aktuell, zumindest von 27 Milliarden Kubikmetern Gas und könnte damit dann eben rund die Hälfte des russischen Gasimporte ersetzen. Stade Brunzbüttel, Wilhelmshaven und Hamburg hatte ich ja erwähnt, planen oder überprüfen jetzt diesen Einsatz, diese FSRU-Anlagen. Und Ende 2020 soll eben hier die ersten in Dienst gestellt werden. Und dann schaut man mal weiter, ja, wie das Ganze denn weitergeht. Ab 2025 sollen diese provisorischen Anlagen dann durch zwei feste Anlagen an Land ersetzt werden. Schauen wir mal, ob wir das auch hinkriegen. Und mit diesen festen Anlagen soll dann auch langfristig gewährleistet werden, dass die Wirtschaftlichkeit eben nicht darunter leidet, weil man jetzt natürlich auch gesagt hat, wir kaufen oder wir mieten diese FSRU-Anlagen möglichst schnell an. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch ein gewisser Aufschlag mit dabei war bei den Betreibern. Wie schon gesagt auch, sollte hier zukünftige Wasserstoffversorgung über grüne Wasserstoffderivate dann sichergestellt werden. Ja, kann man jetzt fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Vor allen Dingen, weil es auch komplett ungeklärt ist, ob diese Umrüstung dieser Anlagen auf Wasserstoff dann überhaupt so gut möglich ist oder nicht. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, was die Zukunft bringt und wie es hier eben weitergeht. Es gibt hier auch noch ein Gesetz, das am 19. Mai 2022 verabschiedet wurde von dem Bundestag, und zwar das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz. Und damit sollen Genehmigungsbehörden bestimmte Anforderungen etwa bei der Umweltverträglichkeit vorübergehend aussetzen dürfen, was natürlich dann auch, also ich finde das nicht so sinnvoll. Ja, klar, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir das abdecken, aber irgendwie gibt es ja diese Umweltverträglichkeitsprüfung, die sind ja nicht zum Spaß da, sondern eben um die Umweltverträglichkeit zu prüfen. Und wenn ich hier jetzt feste Anlagen hinbaue, dann fände ich das schon irgendwie sinnvoll, dass wir die Fehler aus der Vergangenheit nicht unbedingt wiederholen und da dann schon auch irgendwie eine Verträglichkeitsprüfung machen. Ist ja auch immer so ein bisschen das Skurrile bei Windkraftanlagen, muss man diese Verträglichkeitsprüfung machen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn irgendwo eine Kohlekraftwerk hingestellt wird, dann wird das nicht gemacht oder ein AKW, ja, aber naja, gut. Und deswegen wird das Ganze auch von Verbänden und von Umweltschutzorganisationen kritisiert, unter anderem vom Bund oder von der Deutschen Umwelthilfe. Und diese Gesetzesänderungen eben auch stark hinterfragt. Klimapolitisch ist das Ganze natürlich sowieso verheerend und verfassungsrechtlich halt auch in irgendeiner Form zweifelhaft, denn diese EU-Rechte sind ja eigentlich auch, ja, also es gibt ja auch sowas wie bürgerliche Mitbestimmungsrechte und EU-Rechte, die da sind und naja, das wird jetzt alles so ein bisschen außer Kraft gesetzt, weil man halt jetzt irgendwie sagt, schnell, schnell. Hätte man ja auch ein paar Jahre früher darüber nachdenken können, wie man das Ganze macht. Fun Fact an der Seite auch, ich bin ja wie gesagt im Bereich Sustainable Finance unterwegs und da gibt es ja so etwas, das nennt sich EU-Taxonomie, der eine oder andere von euch hat das ja vielleicht auch schon mal gehört, am 2. Februar beziehungsweise auch schon im Januar und im Vorfeld auch hat die EU-Kommission einen Delegierten-Rechtsakt vorgelegt. Und zwar gab es diesen Rechtsakt vorher und die haben hier einen ergänzenden Delegierten-Rechtsakt zur EU-Taxonomie vorgelegt und damit gelten ab jetzt dann auch Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als grün, was man, oder als nachhaltig, was ja schon auch irgendwie schwierig ist. zu diesen Kriterien und zu den Voraussetzungen für diese Taxonomiefähigkeit gehören eben auch neue Gaskraftwerke, insbesondere, welche wurde ausstattet von Treibhausgasemissionen im Ersatz für schmutzige Kraftwerke aufgebaut werden. Also man baut ein neues Gaskraftwerk hin, das ist besser als das vorherige in Anführungsstrichen schmutzige Kraftwerk. Und diese Kraftwerke sollen dann auch spätestens 2035 dann mit grünem Wasserstoff oder mit kohlenstoffarmem Gas betrieben werden können. Ja, sehe ich nicht. Also ist halt wieder so eine Entscheidung, wo man halt etwas sehr Gutes, die EU-Taxonomie, damit so auch von der Glaubwürdigkeit halt sehr stark an die Wand fährt, meiner Meinung nach. Ja, aber das wird die Zukunft dann auch zeigen. Wenn wir jetzt auch schon bei Nachhaltigkeit und Co. sind, schauen wir uns nochmal die Treibhausgasbilanz von LNG an. Und zwar muss man hier die gesamte Prozesskette anschauen und die dann auch vergleichen, zum Beispiel mit Schweröl, Kohle oder Diesel. Und da steht LNG um bis zu 30 Prozent besser da, aber kann auch negativer ausfallen, je nachdem, was die Faktoren da sind. Man kann ja LNG eben oder Gas auf verschiedene Arten fördern, also konventionell, unkonventionell. Da hat man eben schon einen gewissen Faktor auf die Emissionen. Also gab es auch so Berichte, dass LNG gar nicht mal so schlecht ist gegenüber russischem Pipeline-Gas, weil eben hier es einen sehr hohen Methan-Emissionen gibt bei der Förderung von diesem russischen Erdgas und was hier dann bei LNG auch noch mit reinspielt, ist dann natürlich die angewendete Verflüssigungstechnologie und auch, wie man die Energie dafür bereitstellt. Dann auch die Länge des Seetransports, umso mehr Seetransport, umso mehr Boil-of-Gas, umso mehr Transportkosten dann auch oder Emissionen aus dem Transport. Dann natürlich auch das Einsatzgebiet und dann eben auch dieser Methan-Schlupf, also alles, was an Methan-Emissionen dann auch noch entsteht. Es ist ja nicht immer alles dicht und vielleicht verliert man hier mal ein bisschen was, dort mal ein bisschen was im Methan ist, als auch ein Treibhausgas. Gegenüber fällt die Klimabilanz von Erdgas, das per Pipeline transportiert wird, schlechter aus, also LNG im Gegensatz zu Pipeline-Gas fällt schlechter aus, da dieser Prozess der Verflüssigung und Kühlung und des Transportes und der Transport selber eben, und die Regasifizierung sind halt energieaufwendig, deswegen hat man da auch meistens höhere Emissionen. Wie schon gesagt, das wird jetzt gerade im Fall von dem russischen Pipeline-Gas auch stark hinterfragt, weil man hier eben dann auch Abbaustätten in Russland hat, die dann sehr viel Methan imitieren. Es gibt hier auch eine Studie vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs und des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung im Auftrag des Umweltbundesamts und die haben sich hier diese Bewertung oder diese Fortketten-Emissionen mal angeschaut und haben dann diese sechs erwähnten Prozessschritte, von mir erwähnten Prozessschritte 2019 eben angeschaut und sind dann draufgekommen, also denen zufolge ist die konventionale Gasförderung und der Transport per Pipeline von Wehr in Norwegen nach Deutschland mit den geringsten Emissionen verbunden und zwar mit 3805 Gramm CO2-Äquivalent pro Gigajoule. Emissionen aus dem Gastransport aus Russland liegen deutlich höher, aber auch nur geringfügig unter denen von LNG aus Katar und zwar bei irgendwas um die 15.000 Gramm CO2-Äquivalent pro Gigajoule und die LNG-Versorgung aus Australien, ja ist ja klar, weil es halt sehr weit weg ist und auch weil Australien unkonventionelle Förderung einsetzt, also langer Transportweg und unkonventionelle Fördermethoden, dass LNG aus Australien hätte hier die schlechteste Treibhausgasbilanz mit irgendwas um die 28.600 Gramm CO2, also 28.600 Gramm CO2-Äquivalent pro Gigajoule. Die USA, die ja Exporteur von LNG am Markt sind und hier auch das gerne mal bewerben, weisen aufgrund der unkonventionellen Förderketten, unkonventionellen Fördermethoden auch vor Kettenemissionen bei LNG in Höhe von 23.600 Gramm CO2-Äquivalent pro Gigajoule auf. Das ist jetzt auch nicht unbedingt niedrig. Also da wäre sogar das aus Katar besser. Ist ja auch wieder klar, sind ja auch ein bisschen weiter weg. Die Vorkettenemissionen variieren eben hier sehr stark je nach Fördergebiet und eingesetzter Fördertechnik und sind auch sehr unsicher, denn für die USA wurden in dieser Studie eben auch unkonventionelle Förderquoten von 85 Prozent angenommen. Da muss man halt auch schauen, woher kommt denn dieses Erdgas wirklich. Und trotz dieser Vorkettenemissionen von LNG sind die Gesamtemissionen in der Regel geringer als die von Erdöl- oder Kohlebasierten Energieträger, einfach weil die noch weitaus schlechter sind. Der Naturschutzbund Deutschland, also NABU, berechnet für LNG eine Verbesserung der Treibhausgasbilanz um etwa 8 Prozent gegenüber dem Einsatz von Diesel und Schweröl. Aber man hat hier eben das Thema Methanschlupf und den muss man eben bekämpfen beziehungsweise gering halten, denn dieses entweichende Methan ist über die 20 Jahre gerechnet ungefähr 86 Mal stärker von der Klimawirkung her als CO2. Also dieses Global Warming Potential gibt es dafür. Und ja, wenn man das auch berücksichtigt und hier ein bisschen vorsichtiger ansetzt, dann ist die Klimabilanz von LNG dann bedeutend schlechter. Und kann gemäß der Studie des International Council for Clean Transportation, ICCT, dann doch wieder mit Schweröl oder Marine Diesel auf eine Stufe gestellt werden. Diese Methan-Freisetzung liegt halt in der Natur von LNG dadurch, dass es eben zu 95% aus Methan besteht. Methan ist halt ein hoch klimawechsames Gas, das dann entlang der gesamten Wertschöpfungskette von LNG entweichen kann. Der DVGW hat hier diese Methan-Emissionen mal sich angeschaut in der gesamten Bereitstellungskette, nennt man dann auch well-to-wheel und hat dann hier eben, ja, ist darauf gekommen, dass 1,2% auf die Masse des verbrannten LNGs ungefähr, also auf des LNGs, das dann zur Bereitstellung im Fahrzeugtank landet, in der Atmosphäre landet und der größte Anteil davon entfällt eben auf die Gasproduktion und Aufbereitung und Verflüssigung, da gibt es halt oftmals dann Methan, das entweicht. Und ja, diese Emissionen fallen dann auch bei der Nutzung des Gases im Rahmen der Energieversorgung an, wo man das dann auch berücksichtigen müsste und dann eigentlich auch ausweisen müsste an den Endkunden, was aber teilweise aktuell nicht gemacht wird, weil die Vorketten eben nicht berücksichtigt werden, deswegen, wenn man Klimagas kauft, hat man dann oft auch das Problem, dass diese Emissionen dann nicht berücksichtigt würden. Es ist jetzt auch so, dass wenn man Tankstellen hat oder Kraftstoffabgabe in Form von LNG hat, 0,21 Prozent und das muss man eben alles berücksichtigen, bei der Speicherung und Verteilung und im Transport sind die Emissionen meistens recht gering, weil das halt sehr professionell gemacht wird, kann jetzt jeder mal überlegen, der schon mal an der Tankstelle stand, vielleicht hat meinen Tankstütz nicht gescheit reingeschoben oder sowas, ja, da kann es einfach zu Problemen kommen, aber auch bei den LNG betriebenen Motoren kann es dann einfach technisch bedingt zum Entweichen von diesem flüchtigen Methan kommen, das dann beim Verbrennungsprozess nicht mit verbrannt wird, sondern einfach direkt rauskommt, deswegen auch der Begriff Methanschlupf. Es gibt da auch so, ja, Überlegungen, dass man mit Return-to-Tank-Technologien, RTT, den im Motor nicht verbrannten, also das im Motor nicht verbrannte Methan zurück in den Tank führt und damit dann auch die Emissionen reduziert und so weiter und so fort, da gibt es einige Überlegungen. Insgesamt sieht man es aber trotzdem so, dass dieses LNG grundsätzlich einen Beitrag zur Verbesserung der Situation der Treibhausgasbilanz leisten kann, aber insbesondere auch der Reduktion von Luftschadstoffen gegenüber dem Einsatz von Diesel und Schweröl zugutekommt, ja, also LNG wird eben auch eingesetzt, damit eben man hier nicht so viel Ruß und Feinstaub und Co. hat. Da muss man aber halt natürlich auch drauf schauen, dass diese unerwünschten Trade-offs in Grenzen gehalten werden und man hier jetzt nicht sich dann auf eine Technologie wieder einschießt, die dann nur minimal besser ist, die dann aber trotzdem auch Schaden verursacht. Also immer so die Frage, ob ich jetzt ein LNG-Terminal hinstelle oder halt gucke, ob ich es direkt auf innenwerbare gehe und da halt Infrastruktur aufbaue. Da darf man jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, in my honest opinion, darf man sich jetzt da auch nicht verführen lassen und gucken, okay, wie können wir die aktuelle Infrastruktur schützen, also die ganzen Erdgas-Pipelines und Netze schützen und nur deswegen den einfachsten Weg gehen, sondern das sollte man auch schon überlegen. Was ist denn der zukunftsträchtigste Weg, ja? Ist ja auch so, bei LNG, wir hatten es vorhin auch schon mal genannt, dieser Energieaufwand verursacht ja auch wieder Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette von LNG und hier ist eben der höchste Energieaufwand für die Verflüssigung des LNGs oder für die Verflüssigung des Erdgases dann zu LNG und für die Kühlung und Kompression während des Transports. Dabei fallen ungefähr 10 bis 25 Prozent, also 10 bis 25 Prozent des Energiegehaltes des Gases werden für diese Maßnahmen dann eingesetzt und damit hat man dann auch irgendwo eine Transportwirtschaftlichkeitsabwägung und ja, damit dann auch diese Abwägung, dass eben diese, also diese Transportwirtschaftlichkeitsgrenze liegt dann irgendwo bei 2500 Kilometern, darunter ist dann einfach der Transport per Erdgaspipeline wirtschaftlicher und auch energetisch wirtschaftlicher. auch wenn wir hier ein vollständig erneuerbares Energiesystem nutzen würden für diese Prozesskette von LNG, also nur noch erneuerbare Energieträger für die Verflüssigung und für alles einsetzen würden, dann hätten wir keine Treibhausgasemissionen aus diesen Prozessen heraus, trotzdem bleibt der Transport von Gas mittels Gasleitung im Vergleich zu LNG hier der energetisch effizientere Part, da einfach insgesamt weniger erneuerbare Energie benötigt wird, was ja auch positiv ist. Energiebereitstellung aus erneuerbarer Quelle könnte man ja dann einfach auch für die für das normale Stromnetz nehmen, ja. Vom Sicherheitsaspekt her wird ja auch oft kritisiert, naja, okay, da haben wir jetzt LNG, das ist irgendwie hochverdichtetes Erdgas, könnte ja gefährlich sein, ja, kann man so sehen, aber es ist so, dass dieses LNG erstmal nicht unter Druck steht, also dieses Boil-Lauf-Gas würde Druck erzeugen, aber erstmal ist das eine Flüssigkeit-LNG, ist geruchslos, nicht giftig und nicht korrosiv, eine Brand- und Explosionsgefahr, klar, kann dort entstehen, wo LNG in großen Mengen unkontrolliert freigesetzt wird und dann zu Gas verdampft, also, wenn eben das schnell verpufft oder verdampft, dann kann dieses verdampfte Gas bei etwa 620 Grad Celsius entflammen oder halt brennen und je nachdem, wo, in welchen Bedingungen, in welcher Umgebung das freigesetzt wird, kann dadurch dann eine LNG-Dampfwolke entstehen, die dann auch eine Lache bildet und das ist sowohl auf Land als auch auf dem Wasser möglich, das muss man auch sehen, ja, in der Regel verdunstet das Methangas schnell und wenn dann der Gasgehalt in der Luft etwa 5 bis 15 Prozent besteht, dann gibt es hier eben eine Explosionsgefahr, also die Explosionsgrenze, die dann überschritten wird und die, wenn diese Dampfwolke dann mit einer Zintquelle in Kontakt kommt, dann kann es eben Brennen und Explosionen geben, aber ja, normalerweise ist es so, dass bei diesen LNG, also wenn es einen Maritim-LNG-Unfall gibt und sich das Methan dort eben nicht entzündet, dann verflüchtigt sich das auch relativ schnell und ist im Gegensatz zu Unfällen mit Öltankern eben so, dass es hier keine wesentlichen Rückstände im Wasser hinterlässt, sondern sich einfach verflüchtigt. Kann man jetzt auch sagen, ja gut, Methan in der Atmosphäre ist jetzt auch nicht so gut, aber ist jetzt halt im Gegensatz zu irgendwelchen Schwerölen, die dann auf dem Wasser treiben und da alles vernichten. Jetzt kann man ein bisschen drüber reden, ob das, was davon schlimmer ist, ja. Wobei man bei LNG achten muss, es ist Kryogen, also sehr, sehr kalt und dementsprechend, wenn man direkt einen Hautkontakt damit hat, dann hat man eine schwere Haut-Kälte-Verbrennung, deswegen bestehen diese LNG-Tanks eben aus Sicherheitsgründen aus einer inneren oder aus einer äußeren Hülle und tritt aus der inneren Hülle LNG aus, kann das dann eben zu Sprödebrüchen an der Außenkonstruktion führen und um solche Risiken eben entgegenzuwirken, gibt es diese LNG-Schiffe, werden die aus speziellem Stahl gebaut, gibt es eben LNG-Konstruktionen aus Stahl, die für diese niedrigen Temperaturen dann ausgelegt sind. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist, dass bei einem raschen Austritt von Methangas der Sauerstoffgehalt in der Luft reduziert wird, da wird der Sauerstoffgehalt reduziert und in geschlossenen Räumen kann das dann eben dieses Methan zu Erstickung führen, wenn eben der Sauerstoffgehalt unter 16% sinkt. In den Unterdecks von solchen LNG-betriebenen Schiffen oder LNG-Tankern gibt es deswegen spezielle Rückgewinnungssysteme, die das Gas dann aktiv aufnehmen und ableiten und eben hier dann auch die Belegschaft oder eben die Crew an Bord schützen. Auf der Luftschadstoffseite ist es so, habe ich vorhin auch schon mal anklingen lassen, beim Einsatz vom LNG als Kraftstoff wird im Vergleich zu Diesel weniger, wesentlich weniger Stickoxide und Feinstaub emittiert. Es gibt unterschiedliche Quellen, die dann hier eine Reduktion der Stickoxide um bis zu 85% bei den Feinstaubemissionen um 95% und bei Schwefeloxiden um 100%. Also ist ja fast kein Schwefel drin oder kein Schwefel drin. Deswegen fällt das alles niedriger auf und damit dann eben auch insgesamt niedrigere Luftschadstoffemissionen. Die DVGW hat hier eine Studie rausgegeben zur Bewertung der Emissionsminderungspotenzials von LNG und Dieselmotoren im Vergleich zu den aktuellen Abgasnormen, also hier die Euro4-Grenzwerte und kommen hier eben auf ähnliche Werte und dann gibt es noch ein paar andere Studien. Die Realwerte von Dieselmotoren neuester Generation für Feinstaubemissionen liegen irgendwo bei 6,4 Milligramm pro Kilowattstunde und bei LNG bei 0,5 Milligramm pro Kilowattstunde. Es ist auch so, dass Lärmemissionen sich reduzieren und zwar also um 50 Prozent ungefähr, ja und die Reduktion von Stickoxiden ist irgendwo bei 23 Prozent. Der Einsatz von LNG oder Erdgas, also das ist für beide fast gleich, als Kraftstoff könnte damit dann auch für diese Luftreinhaltungsvorgaben in den Städten beitragen und LNG wird eben auch insbesondere im Schiffsverkehr dann eingesetzt, um eben in den Häfen dort diese Luftreinhaltungsgrenzwerte einzuhalten, ja. Es ist auch so, dass diese Umweltbilanzen, Treibhausgasbilanzen von Schiffen immer wichtiger werden und insbesondere bei der Umweltbilanz ist dann eben der Bereich Luftschadstoff wie zum Beispiel Schwefeldioxid, Stickoxide und Rußpartikel, da ist es dann eben wichtiger für. Auch wieder ein Funfact, ich arbeite im Bereich und auch die Finanzwirtschaft schaut sich das sehr genau an, wie viele Emissionen da denn anfallen und mittlerweile gibt es dann, also es gibt ja so ein extra Finanzmarktsegment, das sich nur mit Schiffsfinanzierung beschäftigt und dort überlegt man jetzt gerade auch, wie kann man denn hier das Thema CO2-Emissionen hier mit betrachten, also wie kann man hier die finanzierten Emissionen berechnen. Kann ich gerne auch mal eine Episode dazu machen, wäre dann aber halt nicht zu Rohstoffen, sondern zu dem, was ich mal am Top mache. Gut, schauen wir uns doch mal abschließend an, was sind denn die Pro- und Kontrapunkte bei der Nutzung von LNG und zwar auf der Haben-Seite, auf der positiven Seite, klar, irgendwo Sicherstellung der Gasversorgung durch Diversifikation der Bezugsquellen, ja klar, LNG hat man dann eben nicht mehr, eine Pipeline ist nicht mehr so abhängig von einem Zulieferer, dann gäbe es hier auch eine Stärkung der Autonomie und Verringerung der Abhängigkeit von diesen Pipeline-Gas-Importeuren, also im Grunde genau das Gleiche, man sichert die Gasversorgung durch Diversifikation, aber verringert auch die Abhängigkeit, hängt beides natürlich miteinander zusammen, sind aber auch nochmal zwei unterschiedliche Aspekte und ja, LNG insgesamt wird halt oder kann auch als Brückentechnologie angesehen werden für die Energiewende, weil eben hier die CO2-Emissionen und Schadstoffemissionen niedriger sind und kann eben auch für die Reduktion dieser Schadstoff- und Lärmemissionen im Schiffs- und Lastverkehr eingesetzt werden und verbessert eben insgesamt die CO2-Bilanz im Gegensatz zu anderen Antriebsmitteln oder anderen Treibstoffen. Ja, wenn dieses LNG aus erneuerbaren Quellen kommt, also Bio-LNG, LBG, LRG und oder dann auch mit erneuerbaren Strom hergestellt wird für die Kompression und Verflüssigung, dann verbessert sich hier die CO2-Bilanz noch mehr. Auf der Kontra-Seite ist es so, dass LNG überwiegend aus fossilem Gas hergestellt wird und ja, das ist halt mit hohen CO2-Emissionen eh schon verbunden und auch mit Umweltauswirkungen, ja, wenn sie hier Fracking und so, haben wir ja auch schon alles mal besprochen und dann eben auch hier ein sehr hoher Energie, sehr viel Energie, sehr energieintensiv für die Verflüssigung und für die Kühlung und Kompression und für den Transport und das ist halt per se nicht gut und je nach Förderland kommen hier eben Technologien zum Einsatz, die die CO2-Bilanz dann verschlechtern und die dann auch nochmal andere Umweltauswirkungen haben, wie zum Beispiel beim Fracking das Thema Wasserverschmutzung und ja, dann ist es auch so, LNG besteht eben zu großen Teilen aus Methan, das hoch klimawirksam ist und deswegen hat man hier immer wieder entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieses Problem von Methanschlupf und dann natürlich auch, was ich am Ende gesagt hatte, hier Brand- und Explosionsgefahr bei unkontrolliertem Austritt von LNG sollte man eben auch berücksichtigen, das hat man jetzt erstmal bei einer PV-Anlage nicht, dafür hat man da andere Pro- und Kontrapunkte. Soweit war es jetzt erstmal zum Thema LNG, ich habe das heute mal ein bisschen anders aufgebaut als sonst, habe auch mehr dazu gelesen und muss da auch gestehen, ich hatte einen arbeitsbezogenen Austausch dazu, wo ich viele, viel dazu dann auch gelesen habe und deswegen dachte ich mir, ich mache hier mal was zu LNG und versuche hier mal ein bisschen so die Pro- und Kontrapunkte, insbesondere was die Umweltthemen angeht, mir anzuschauen. LNG wird ja gerade sehr, sehr heiß diskutiert, deswegen würde mich natürlich auch eure Meinungen interessieren, wie ihr das Ganze seht und dachte mir, ich führe euch hier einfach mal kurz ein und möchte damit dann auch die Aufnahme für heute beenden. Ich habe mir ja immer so als Ziel gesetzt, eine Stunde ungefähr aufzunehmen, das haben wir jetzt auch grob erreicht, wenn man jetzt das Intro und Outro mal außen vorlässt und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Sternchen da, bewertet gerne Ressourcen.fm auf dem Podcast-Netzwerk eurer Wahl, Apple Podcasts oder wo auch immer. Spotify gibt es uns ja nicht aus guten Gründen und schreibt mir gerne, was für Themen euch interessieren, gebt mir da gerne Feedback, ich freue mich immer drüber, entweder über Twitter oder aber schreibt mir eine E-Mail, Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite auf Ressourcen.fm oder aber schreibt mir eine Wire-Nachricht, das geht auch noch, nicht mehr ganz so lang, weil Wire mittlerweile sehr schlecht ist, aber das geht auch immer noch und meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich immer auf eure Rückmeldung und wie gesagt, auch auf Themenwünsche nehme ich sehr, sehr gerne auf, Grüße gehen raus an der Stelle auch an die treuen Zuhörer, wie zum Beispiel den Simon, der mir hier immer wieder gerne Feedback gibt und verschiedene andere, die es eben hier auch gibt, mir fällt gerade kein anderer Name mehr ein, aber wie gesagt, meldet euch gerne, ich freue mich immer drüber. Von daher bleibt mir dann nur noch zu sagen, wie immer, wie immer ihr kennt es von mir, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unstehter Geist. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.